Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs enthalten. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Enthält. Enthielt. Hat enthalten. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich enthalte. Du enthältst. Er enthält. Wir enthalten. Ihr enthaltet. Sie enthalten. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich enthielt. Du enthielst. Er enthielt. Wir enthielten. Ihr enthieltet. Sie enthielten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe enthalten. Du hast enthalten. Er hat enthalten. Wir haben enthalten. Wir haben enthalten. Ihr habt enthalten. Sie haben enthalten. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich enthalte. Du enthaltest. Du enthaltest. Er enthalte. Er enthalte. Er enthalte. Wir enthalten. Ihr enthaltet. Sie enthalten. Den Schluss macht der Imperativ. Enthalte du. Enthalten wir. Enthaltet ihr. Enthalten Sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb enthalten. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.